Keine Erfolge durch zu viel Volumen, Brustworkout für neue Reize. Da haben wir den direkten Vergleich von Chris Kallmeier seinen Brustworkout zu Daniel Kubiks Brustworkout. Let's go! Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video bei mir auf dem Kanal. Heute werden wir ein ganz wichtiges Thema besprechen und zwar werde ich immer wieder gefragt, Daniel, machst du eigentlich wirklich so wenig Volumen oder ist das eigentlich nur so für die Kamera immer gezeigt? Und tatsächlich, ich mache so wenig Volumen. Wenn wir vom Volumen sprechen, dann gebe ich euch gleich auch nochmal meine persönlichen Volumina, an denen ihr euch bitte auch nicht orientiert, weil das sind meine persönlichen bzw. auf mich individualisiert. Aber ich möchte euch einfach mal einen Anreiz geben, dass nicht jeder... Zeit für Quaft, ja, ich glaube auch gleich gibt es erstmal einen leckeren Quaft. Muskel immer so übertrieben viel Volumen. Digga, durch mich sieht die halbe Fitnessszene hat jetzt vernünftige Haarschnittsalter, bis auf du, Tunfisch. Das klären wir auch noch am Samstag, verspreche ich dir. Braucht. So, und bevor wir ins Training gehen, wie gesagt, wird sich jetzt erstmal ein bisschen was reingeorgelt, nachdem wir jetzt das Regal nochmal aufgeräumt haben, weil es alles runtergefallen ist. Wir haben hier einerseits der Quaft, wusste ich es doch, Alter, der berühmt-berüchtigte Quaft, den EvoCraft Pump Booster. Ja, warum? Quaft. Warum bringe ich den EvoCraft Pump Booster auch in die Videos meistens mit rein, vorm Training? Weil es meiner Meinung nach, wenn es um Performance Supplements geht, ja, hier the way to go ist. Kurz gleich, drei Meals auf einmal gegessen. Digga, Kai Gedan isst sieben Mahlzeiten in einer Mahlzeit. Im Pump Booster vorm Training. Ja, komm, mach einen Termin, wir gehen zu deinem Friseur. Bruder, bei uns, unsere Friseure, die machen keinen Termin. Du gehst einfach auf den Stuhl, der schneidet. Wir machen das schon am Samstag, keine Sorge, ich mach dich zum Mann. Zu installieren. Warum? Wir haben durch den Pump Booster im Training viele Vorteile. Beispielsweise haben wir jetzt hier Elektrolyte drin, ja, die beispielsweise dem Schwitzen, ja, dem Ausschwitzen von Elektrolyten entgegenwirken. Mit Salz etc. Wir haben aber auch Pump Wirkstoffen mit drin, mit L-Arginin, L-Citrullin, Oxystorm und vieles weitere. Und ihr habt dadurch natürlich auch ein besseres Gespür in der Zielmuskulatur im Training, was auch das effektive Volumen erhöht. Riecht entspannte Musik im Hintergrund, so wie bei Dingens, bei Primark, wenn du dir deine Socken oder Unterhosen kaufst. Kann, ja, und dementsprechend kann es sein, dass wenn ihr eine bessere Ansteuerung habt, ja, wenn ihr den Muskel besser durchblutet, beziehungsweise dahingehend auch füllt mit Nährstoffen, ja, das gegebenenfalls gar nicht mehr das Volumen, was man sonst so machen muss, benötigt. Komm mal jetzt zum Punkt, Junge. Zeig mal dein Training, was denn? Nötigt wird, dementsprechend bei mir auf jeden Fall immer ein Pump Booster mit am Start, genauso eben wie Kreatin. Kreatin kann letzten Endes so wirken, dass ihr... Also Kreatin empfehle ich euch gar nicht von, das ist ganz, ganz gefährlich. Ja, Finger weg von Kreatin, hat ganz üble Nebenwirkungen. Ihr auch tendenziell einen Ticken mehr Volumen vertragen könnt, ja, was ja auch ein gewissermaßen gut ist, wenn wir die Kapazität erstmal erhöhen. Wenn man beim Türken Friseur nach Termin fragt, schauen die mal, wenn man vom Mars kommt. Ja, und da hilft auch Schlaf und gute Ernährung und so weiter und so fort, aber Kreatin auch sinnig und dann gibt es für die initiale Leistungsfähigkeit auf jeden Fall auch nochmal zwei Fokuskapseln on top und dann sind wir bestens ausgestattet. Der Booster mit dem Plop. Einfach geil, ja, Freunde? Geil, Alter, macht richtig Spaß. Wenn ihr auch den Booster-Plop haben möchtet, ja, dann könnt ihr mit meinem Code KBK immer 10% beziehungsweise die besten Rabatte auf die Produkte von Evo Sportfühl sparen und mich natürlich damit auch supporten und gerne machen wir eine kleine Verlinkung in eurer Story von eurem Plop. So, und der erste Grund, warum ich denke, dass ganz viele Leute ein hohes Volumen vertragen und ich eher weniger hohes Volumen vertrage, ist, ich mache mich immer ganz, ganz spezifisch warm. Bedeutet, ja, warm machen in Bezug auf Krafttraining ist nicht unbedingt super, wenn ihr auf einem Fahrrad sitzt, erstmal 10 Minuten strampelt, dann dehnen, ja, und dann trotzdem, wenn ihr an die erste Übung geht, dahingehend den Fehler macht, ja, dass ihr direkt viel zu schnell ans Arbeitsgewicht geht. Bedeutet, ich baue mir erstmal ein richtig gutes Setup. Wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. Was meine ich mit einem guten Setup? Also, von einem guten Setup spreche ich, wenn ich jetzt beispielsweise hier an diesem Rack das Ganze ausführe. Wir haben hier, ja, letzten Endes einfach eine Vorrichtung, wo ich die Bank so positionieren kann, wie ich das möchte. Das bedeutet, ich kann die Bank hier individuell reinstellen. Ich könnte hier Bankdrücken ausführen, ich kann das hinten ausführen. Vergleicht mal bitte wirklich jetzt für die, die noch im Stream drin sind, die vorhin das Chris Kallmeier-Video gesehen haben, sein Training, Digga, und das von Chris, das ist einfach irre, ne? Wie viel Gedanken sich ein Daniel machen muss zu Hause über sein Setup, Gewichte, Wiederholungen, Satzpausen, Sätze. Chris Kall geht einfach da rein, ins Gym, und bewegt das Gewicht, fickt sich komplett aus dem Leben, und geht wieder nach Hause. Und der macht hier eine ganze, ja, das ist krass, ne? Ist jetzt kein Hate an Daniel, ich finde sowas auch, ich finde Struktur auch gut. Wenn man nicht komplett übertreibt, finde ich Struktur auch gut. Aber da sieht man, wie krass unterschiedlich die Leute an den Sport rangehen, ne? Jeder macht sein eigenes Ding, jeder macht es komplett unterschiedlich. Ja, so, in diesem Fall stellen wir die Bank jetzt einfach genau mittig hin. Ich habe eine optimale Bankhöhe, was jetzt dann dahingehend auch dienlich ist, natürlich einen besseren Druck zu erzeugen. Ich habe hier extra meine Powerlifting-Bänder hier drüber gespannt, ja, um letzten Endes einen guten Grip auf der Bank zu haben. Aha. Ich kann hier diese Teile für die Höhenverstellung individuell auf meine Höhe anpassen, ja. Und ihr seht schon, dadurch kommt man natürlich in Kombination mit einer Power... Hat der auch Safety-Bars? ...Lifting-Stange mit Shepa-Blades und so weiter und so fort in eine Position, wo man einfach deutlich effektiver auch drücken kann, weil alles individuell auf mich angepasst ist und ich nicht einfach irgendeine Bank habe, die im Studio steht. Die teilweise auch gut sein können, teilweise auch auf die Anatomie einer Person passen, aber bei mir sind die eher suboptimal. Deswegen hier schon mal ein gutes Setup für mich erzeugt. Und dann ist wichtig, wenn ihr in die Sätze reingeht, dass ihr euch an der Übung selbst gut warm macht, ja. Das ist viel wichtiger, wie dass ihr euch aufs Fahrrad setzt, ja, dass ihr... Ihr habt doch gesehen, wie das geht mit den Bankdrücken, als wir zusammen Bankdrücken gemacht haben, ne. Habt ihr doch gesehen, oder? Nicht für Geräte hinlegen und hochdrücken, die Scheiße. Mobility macht, das hat alles in bestimmten Phasen, beziehungsweise auf bestimmte Zielsetzungen, ja, einen guten Einfluss, aber wenn die Zielsetzung ist, so effektiv wie möglich Krafttraining auszuführen, ja, und so spezifisch wie möglich, dann ist ein Warm-Up an der Übung selbst wichtig und das ist der erste Grund, den ihr unbedingt beachten solltet, ein richtiges Warm-Up auszuführen. Und eine Sache muss ich euch halt eben noch sagen, dadurch, dass ich in der Position bin, ja, dass ich bei vielen Übungen einfach mit einer starken, konzentrischen, exzentrischen und auch Phasen an den Umkehrpunkten arbeite, beispielsweise hier mit einer Kontroll... Ja, aber das mache ich auch tatsächlich, exzentrische Wiederholungen langsam mitnehmen, finde ich richtig geiles System zum Trainieren. Da kann man sich mit wenig Gewicht ordentlich aus dem Leben schießen und Verletzungsrisiko ist da ganz, ganz gering, beziehungsweise da ihr mit weniger Gewicht trainiert und euch genauso wegknallt, kann man sich so gut wie gar nicht mehr verletzen. ...kontrollierten exzentrischen Phase über drei Sekunden, also die negative kontrolliere, eine Pause am exzentrischen Umkehrpunkt mache und danach auch die Konzentrikt nochmal gezielt aus der Brustmuskulatur über die Funktion, auch der Brustmuskulatur, versuche auszuführen, kontrolliert mit My Muscle Connection, häuft man natürlich auch in gewissermaßen ein bisschen mehr Volumen an. Und viele Leute werden mich jetzt auslachen, aber ich finde es relativ wichtig, selbst wenn man schon... Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet und euch stabile Supplements gönnen wollt, dann besucht die Seite esend.com mit dem Rabattcode William. Sichert ihr euch immer den besten Deal, beispielsweise auf das ISO, Clear oder einen stabilen Pumpbuster. Hier, Crankpump Pro kann ich euch empfehlen. Und wenn ihr was Gutes für eure Gesundheit tun wollt, haben wir auch reichlich Vitamine, wie zu euch Athlete-Stack. Also, Rabattcode William, esend.com. Vielen Dank für den Support. Weiter geht's mit dem Video. Ich finde es übrigens geil, dass Daniel wirklich jetzt komplett ausgestattetes Gym hat bei sich im Keller. Mega. Drückbewegungen gemacht hat, auch andere Drückbewegungen warm zu machen. Man kann jetzt hier hingehen, wie ich, ohne Gewicht nochmal die Bewegung ausführen. Gebe ich euch aber ganz ehrlich, auch meine Meinung ist nicht unbedingt immer notwendig, insbesondere wenn man hier halt eben noch drei Platten drauf macht und dann mit dem Arbeitsgewicht arbeitet. Ich probiere das aktuell ein bisschen aus, aufgrund meiner Unterarmproblematik, wie sich die Bewegung heute anfühlt. So, aber in der Regel, wenn ich jetzt beispielsweise auch 60 Kilo nochmal hoch will oder 65 Kilo, mache ich einen Satz mit 60 Kilo, mache einen zweiten mit 40 Kilo, mache vielleicht noch einen mit 55 Kilo und dann... 370, mit 80 Kilo, mit 90 Kilo. Arbeitsgewicht. 100 Kilo. 60 Kilo. Und da halt eben dann auch ein... 70 Kilo. ...passtes Warm-Up wieder haben. Und das ist halt eben sehr, sehr wichtig. Das ist der Punkt, den ich eben schon genannt habe. Das Warm-Up ist essentiell und das wird auch in der Einheit trotzdem immer weiter wichtig sein. Ob ihr jetzt drei Warm-Ups hier braucht oder ob ihr jetzt beispielsweise nur zwei macht, weil ihr dann schon ausreichend in der Bewegung drin seid, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber würdigt das Warm-Up und geht nicht in jeder nachfolgenden Übung hin und macht direkt euer Arbeitsgewicht, denn so lasst ihr definitiv Potenzial auf der Strecke. Und was natürlich ein weiterer wichtiger Punkt ist und das ist Punkt Nummer drei, wenn man in den Satz reingeht, wie der letzte Mensch in dem Zuge, dass man vorher die ganze vielleicht am Handy war, dass man irgendwo ganz woanders ist, ja, dass man auch gar keine Ahnung hat. Ja, finde ich nicht ganz, mein Lieberrat, was du da geschrieben hast. Natürlich ist, man kann das Rad nicht neu erfinden und ausglutscht, aber es geht natürlich auch um Sympathie, weil beispielsweise hörst du einem Daniel gerne zu, weil du einen Daniel verfolgst und ihn magst, anstatt einem Kai Gedan zum Beispiel. Verstehst du? Es geht immer nach Sympathie. Er macht es auch irgendwo für seine Community und nicht für jetzt gerade Neuzuschauer. Er wird mit solchen Videos bestimmt keine Neuzuschauer Neuzuschauer ans Land holen, beziehungsweise wenig, aber es ist tatsächlich immer ein Mehrwert für Anfänger. Wir reden jetzt von reinen Leuten, die gerade in die Szene reinkommen. Es ist immer cool, wenn man irgendjemanden hat, mit dem man sich identifizieren kann, den man sympathisch findet, der dann einem alles ordentlich erklärt. Besser als das damalige beispielsweise Team Andro Forum oder zum Beispiel Curva Flex Magazin. Das ist ja eine Katastrophe. Als ich angefangen habe, gab es sowas nicht. Digga, hätte ich angefangen und es würde sowas geben. Weißt du, wie ich jetzt aussehen würde? Ronnie Coleman, sein Vater. Nein, Spaß, aber ihr wisst, was ich meine. Ist immer für jeden anders. Ob man jetzt wirklich in die Nähe des Muskelversagens kommt oder, 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 muss man einfach sagen, dass man dahingehend einiges auf der Strecke lässt. Und demnach ist es bei mir wirklich so, vor den Sätzen geht es richtig ab. Das bedeutet, ich fokussiere mich auf den Satz. Ich weiß vor dem Satz schon anhand meines Trainingsplans, den ich jetzt hier auch habe, von Alpha Progression. Also ich habe quasi hier so eine... Und glaub mir, es gibt Jungs, die identifizieren sich auch mit einem Kai Gedan. 100%. App offen. Wer war dein Gym-Mentor, wo du angefangen hast? Mein einjähriger, ein jahre alter, älterer Trainingskollege. Jakob hieß der. Liebe Grüße, der ist manchmal auch im Stream. Der hat mir alles gezeigt. Ich wusste gar nichts. Der war ein Jahr älter als ich, hat bereits ein Jahr trainiert und dann irgendwann nach fünf Jahren oder so fing das erst so an mit YouTube-Fitness und sowas. Misha. Misha habe ich tatsächlich geguckt. In meiner GMBF-Phase habe ich Misha Janitz geguckt. Das stimmt. Aber ich hatte nie so ein richtiges Vorbild. Hatte ich tatsächlich nie. Was ich tatsächlich auch geil fand, weil es einfach der Erste war, war damals Jill von Road to Glory, als er die ersten Stop-Videos gemacht hat. Ich fand es unfassbar spannend. Nicht, weil ich den Typen, der war für mich immer ein bisschen Fremdschämen mit seinem Kollegen da, aber einfach, ich fand es spannend, weil einfach niemand darüber im deutschsprachigen Raum jemals gequatscht hat. Er war so der Erste. Klar, Goku gab es auch, aber Goku hat eher Aufklärung gemacht und er hat wirklich selber davon gequatscht als Konsument und so weiter. Deshalb. Kann ich euch mal zeigen. Hier weiß ich immer direkt, was ich in der letzten Einheit gemacht habe. Ja, Mann, Alon Gabay habe ich auch geguckt. Dann habe ich hier so eine Liste der vergangenen Tage, wo ich alle meine Gewichte drin tracke. Und dementsprechend weiß ich genau, wie ich an den Satz rangehen muss und welche Wiederholungszeit ich mindestens schaffen muss, um Ralf Sättel war mein Vorbild. Ach, glaube ich dir nicht, Digga. Progression zu machen. Und darauf kann ich mich fokussieren und dann kann ich natürlich auch ordentlich Gas geben. Und das solltet ihr euch unbedingt auch merken. Tracke euer Training und geht mental vorbereitet in den Satz rein. Und ein weiterer wichtiger Punkt. Also bis jetzt, ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Bis jetzt ist, ich habe vier oder fünf Dosen Cinnamon Serial leer geknallt. Aber eigentlich bis jetzt alle, die ich hatte, waren stabil. Es gab jetzt keins, was nicht geschmeckt hat. Außer Isoclear. Da gab es Waldmeister, fand ich nicht so lecker. Aber Whey hat alles geknallt. Alle Sorten bis jetzt. Punkt. Ja, weiterer wichtiger Punkt. Ich probiere mich aber auch immer wieder durch. Ich habe natürlich noch nicht alles probiert. Aber Cinnamon Serial, da bleibst du voll drauf kleben, Alter. Schmeckt unfassbar. Und ist, dass man natürlich auch das Volumen etwas reduzieren kann, wenn man die Trainingsfrequenz auch hochbringt. Warum? Weil jedes Mal, ihr müsst euch vorstellen, ihr macht beispielsweise eine Schulterpresse und ein Seitheben. Zweimal pro Woche. Bedeutet, ihr habt einmal die Schulterpresse, ihr habt einmal Seitheben. Es ist ein Unterschied vom Volumen, also von dem Gewicht. Wir gucken gar nicht, wenn das Video fällt mir ein. So, ich halte mal jetzt meine Schnauze. Mal Wiederholungen, dass ihr bewegt und natürlich auch in Form der Sätze. Selbst wenn das standardisiert bleibt, habt ihr, wenn ihr zweimal die Schulterpresse macht, ja, zweimal zwei Sätze, sagen wir mal, mit 50 Kilo, schafft ihr beim ersten Mal sicherlich so zehn, neun Wiederholungen. Boah, ich würde so gerne mit Chris Kahl auf dieses Video reagieren zusammen. Das wäre ein geiles Video, Digga. Das zweite Mal würdet ihr noch mal zehn und neun Wiederholungen schaffen. Aber, wenn ihr jetzt vier Sätze hier macht, schafft ihr vielleicht zehn, neun, sieben, sechs, ja, also die Leistung in der Einheit, die sinkt ja natürlich. Dementsprechend habt ihr auch pro Einheit tendenziell mehr Gewicht bewegt und wahrscheinlich auch mehr Volumen angehäuft, wie wenn ihr mit einer niedrigeren Frequenz und demselben Volumen arbeitet. Und der Punkt Nummer fünf und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das hat mir Daniel gezeigt, als wir zusammen trainiert haben. Ich schwöre es euch, das knallt übelst, Digga. Hier auf Handgelenk, so Bandagen mit, ich weiß nicht, wie die heißen, sondern Seitheben machen. Richtig nice. Mit steigender Trainingserfahrung, ja, ist es aus meines Erachtens, oder? Meistens sind das Fußgelenksbandagen, Knöchel unten, ne, für, für, für die Damen, für die Kickbacks. Meines Erachtens nach so, dass weniger Volumen toleriert wird, aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, ihr bewegt mehr Trainingsgewicht. Es ist ein ganz leichter Punkt, aber tatsächlich ein signifikanter Punkt. Denn wenn ich mich so zurückerinnere, als ich 2017 meine Wettkampfvorbereitung gemacht habe, auch vielleicht noch nach der Vorbereitung, war ich bei vielen, vielen Übungen, die auch systemisch anfordernd sind, deutlich schwächer. Beispielsweise habe ich damals noch mit ADLs 120, 140 Kilo gespielt, wohingegen ich jetzt halt eben bei 170 bis 190 Kilo bin, mit einerseits einer besseren Technik, mehr Bewegungskontrolle, mehr Fokus, mehr Gespür in der Zielmuskulatur und viele weitere Punkte, die ich auch zuvor schon genannt habe. Und dementsprechend, wenn ihr euch das Ganze mal hoch rechnet, ihr bewegt letztlich statt, ja, vier Sätze damals mit 140 Kilo oder 130 Kilo, jetzt halt eben zwei Sätze mit 180 Kilo, 190 Kilo, ja, mit diesem, mein Kopf brennt, Freunde, ich schwöre es euch. Mit diesen ganzen Punkten, wie ich gerade genannt habe, mehr Kontrolle, längere Zeit in der Bewegung auch teilweise und so weiter und so fort, habt ihr eben auch für den Zielmuskel mehr Volumen akkumuliert und damals war es halt eben auch so, ja, man hat halt eben die vier Sätze gemacht, da habe ich auch drei bis vier Minuten Pause. Ich schwöre es euch, ich bin voll raus, tut mir leid, Daniel, falls du das hieß, ich bin raus, das war zu viel um die Sorge. Also vielleicht zwischen einem Satz gebraucht und so weiter. Ich verstehe absolut gar nichts. Weiter und sofort und jetzt mittlerweile, wenn ich einen Satz reingehe, heben, sieben Minuten Pause halt. Und im Grunde ist halt nichts, ne? Ja, und Freunde, das ist auch der Grund, warum ich jetzt so wenig Volumen brauche. Beispielsweise haben wir hier in der Einheit und ich trainiere nur zweimal die Woche Brust und Schultern, nur fünf Sätze tatsächlich für die Brust gemacht und fünf Sätze für die Schultern gemacht, ja, und das war so quasi ein Bruchteil. Da macht der Chris Kahl in seinem Warm-Up. Meines Volumens in einer anderen Einheit habe ich dann beispielsweise für die Brust nochmal vier, ne, auch fünf Sätze und für die Schulter auch dahingehend nochmal fünf Sätze mit drin. Das bedeutet, ich habe auf sieben Tage die Woche sowohl für die Brust zehn Sätze als auch für die Schultern insgesamt zehn Sätze und das war's. Und an der Stelle würde mich natürlich auch sehr interessieren, wie viel Volumen absolviert ihr persönlich für alle Muskelgruppen. Schreibt es mir gerne unten mal in die Kommentare, ob ihr mehr oder sogar vielleicht auch weniger Volumen als ich pro Woche absolviert, würde mich wie gesagt interessieren und ansonsten hoffe ich, die Tipps haben euch gefallen und ihr könnt euer Training damit auf ein ganz neues Level anheben. Wenn es euch Next Generation, Next Level. gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, ja, und die Glocke für die Benachrichtigung zu aktivieren und natürlich mich auch einerseits zu unterstützen, wenn ihr im Intelligent Strength Shop kauft für dieses wunderbare Outfit, das ich heute anhabe, ja, und natürlich auch über alle anderen Codes für mich von mir einen kleinen Supporter lasst, ja, in diesem Sinne meine Freunde, wir sehen uns, ciao, ciao. Ja, da kann man tatsächlich sehen, dass jeder ist anders gestaltet, das Rad neu erfinden kann man tatsächlich nicht, aber jeder macht wirklich sein eigenes Ding und ich sag's immer und immer wieder, viele Wege führen nach Rom, es gibt keinen Masterplan, es gibt keinen besten Plan, keinen besten Split und so. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen, kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den Besten D sichern mit dem Rabattcode und William auf esm.com. Ich danke euch für den Support, vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal,